Es wird definitiv noch weitergehen, tonight! So schnell, das gebe ich mich hier... Na, so schnell hört das hier nicht auf. So schnell seid ihr mich nicht los. Ich würde mich jetzt mal bedanken. Ich glaube, ich habe irgendwie in den letzten zwei Tagen oder so... Ich glaube, sechs oder sieben Abonnenten, glaube ich, sogar dazu bekommen. Also, danke schön dafür. Ich weiß nicht, ob es an diesem Projekt liegt. Aber wenn, dann ist es natürlich großartig. Dann macht das ja auch viel Spaß. Äh, so, Moment. Äh, 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 äh. Das wird immer versiegelt. Ich gehe mal in den Raum hier, in diesen Puppen-Dings-Pumps-Raum. Vielleicht war es ja da. Oh, das ist der da hinten. Das kann natürlich... Gehen wir mal da rein. Es kann ja sein, dass es den hier mit einschließt. Nein? Doch, ganz wohl. Kein Teil ist man mehr. Die Kraft, die die Tür verschlossen hielt, ist verschwunden. Dann mach ob da. Bäh, 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 bäh. Äh, 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 äh. Komm, komm, komm. Bitte, 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 bitte. Yes! Ah, ja, das ist der Puppenraum. Äh, da gehen wir mal ein bisschen außenrum, das sieht nicht so safe aus. Bäh. Ach so, ja, ja, da muss ich wahrscheinlich gleich ein Bild machen, aber... Moment, erst mal gehe ich da hinten hin. Oh, ja, das ist so typisch, ja, japanische Horror da hinten, diese... Gerade auch diese Puppen, ey, die gab es ja auch in... Ding, 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 ding. Die Haare der Puppe sind so lang, dass ich das Gesicht nicht sehe. Naja. Moin, Grudge Girl. Äh, Moment, da hinten war was? Mehrere Zettel liegen auf dem Regal. Sie sehen aus wie die Teile eines roten Notizbuchs. Ha, ha, auch convenient. So. Momentan hält sich das Games auch... Äh, das Games. Das Game machen wir mit Jumpscares ein bisschen zurück, habe ich so das Gefühl. Und jetzt kommen wir... Hä? Wo muss ich... Wo muss ich mich denn da postieren, hier? Ah, hier, ne? Äh, da ist jemand! Das war ja... Oh, suck my ass! Oh, fuck, fuck, fuck! Oh, Mann! Oh, Mann, dass du da rauskommst! Fuck, 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 fuck! Fuck! Geh weg! Oh mein Gott! Nein! Nicht in meine Richtung! Oh, shit! Okay, komm her, komm her, wo bist du? Wo, wo, wo? Da, 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 da! Oh, 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 komm, 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 komm! Don't pass me ans Bein! Scheiße! Ich glaube, wir haben einen Vorteil, weil das Vieh nur grauchen kann, ey. Was? Ah, es kommt schneller! Ey, lach mich nicht aus, ey! Spiel du das mal, verdammt! Scheiße! Nein! 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 Oh Gott, was? Alter, nein! Lass mich los, da! Oh, das ist schlimm! Ey, halt die Backen, so! Bleib, wo du bist, ey! Boah! Boah! Shit! Okay, noch, noch, noch zwei eventuell, wenn wir Glück haben. Hä? Yeah, take it, take it! Stick it in your pipe and smoke it, auch wenn du noch minderjährig bist, verdammte Axt! Ah! So! Äh, was? Ne? Ne, ne, ich, ich, was, was stand da jetzt? Wahrscheinlich irgendwas ist durchgefallen, hm? Wurde nicht versetzt! Ha! Etwas Glänzendes liegt auf dem Regal! Geister, hau! Oh, yeah! Mmm, okay! Boah, das war grauenhaft, ey! Raus hier! Shit! Äh, Moment, das Siegel für die Tür da hinten haben wir jetzt, äh, gebrochen. Ich geh, aber... Erstmal speichern. Den Shit möchte ich definitiv nicht nochmal durchmachen. Äh, bei meinen Headpoints? Ja, da können wir doch mal kurz einreiben, ne? Finde ich auch, das könnte das eigentlich. Wasser aus heiliger Bergquelle stellt Energie vollständig wieder her, okay? So ACC akutmäßig wahrscheinlich. Das ist schon mal gut zu wissen. Wie gesagt, aber erstmal safe ich. Dann werde ich mal kurz die Aufnahme überhenden, das Ganze rendern lassen und dann nehme ich direkt noch ein... noch ein... noch eine kleine Session aus. Noch gibt's die Verabgrüßung nicht, die kommt aber noch, keine Sorge. So. Okay, ich werde mal ganz kurz den Part hier eben beenden, das Ganze rendern lassen. Äh, das hat für euch nichts zu bedeuten. Warum erwähne ich's dann? Das geht eigentlich direkt für euch weiter gleich. Also, bis, äh, gleich. Moment, 27 Minuten, jetzt. So. Ich weiß grad nicht, ob ein neuer Part anfängt oder nicht, aber... Äh, ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal hier Gipfliegt. Ach, weiter. So, das... ...rendern hat ein bisschen gedauert. Bin, glaub ich, mittlerweile wieder ein bisschen runtergekommen nach den, äh... ...nach den Schocks, die wir hier... Ach, Moment. Ich sollte mal... Kleinen Moment, ihr seht kurz was. Hm, ja. Äh, da, da, da. Wo waren wir denn jetzt, verdammt? Ich glaube hier. So. So. Ähm, wir haben das Siegel von einer weiteren Tür gebrochen. Und, äh, ich glaube, da waren wir gerade drinnen. Oder gehen wir mal da hinten rein. Ja, genau. Da. What the shit? The fuck? Wo kam der her? Ey, nein, 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 nein. Ey, what the fuck? Wo kam der her? Wo kam der her? Ge-ge-ge-wams, ey. Okay. Siegolo. Oh, fuck! Nein! You fucking asshole! Boah, fuck, nein, jetzt zieh ich das Gesicht erst ab, du Scheiße. Oh, Mann, lass dich nicht so hängen, ey. Okay, 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 okay. Fuck my ass! Oh, shit! Okay, aber die, komm, die kriegen wir, die kriegen wir, die kriegen wir. Yes, I'll take it. I'll just deliciously take it. Yes, ich glaube, wir sollten, ich werde mal kurz gucken, ob ich die Kamera auch noch aufstocken kann. Und, ähm, und, ups, und, ähm, ob wir, wie viel Filmwerk ich noch haben? Oh, nee, falsch. So, nee, auch nicht. Äh, auch nicht. Ähm, also Kamera, ja. Okay. Sonderfunktionen, haben wir keine. Bonusfunktion. Geil, äh, von Geistern verfolgt sie automatisch. Bewegung von Geistern für bestimmte Zeit stoppen. Warum passiert jetzt hier gerade nichts? Aufgehangen oder was? Was da löst? Okay, das, äh, hat sich anscheinend aufgehangen. Ja, dann mach ich kurz, ne, doch, ja, geht doch. Geistern, okay, wir können wegschieben, wegschieben, bremsen, lehnen. Ähm, da brauchen wir aber so viele Punkte dafür. Das ist der Nachteil. Äh, nicht nur die Punkte. Gehen wir lieber hier rauf, oder? Nicht nur die Punkte. Ach, das ist auch so viel, ne. Geschwindigkeit könnten wir hoch machen, das wäre beschleunigende Ladezeit. Ne. Hm, ne. Ne. Das lassen wir mal so. Sammeln wir noch ein paar Punkte an. Kein Teil ist mein mehr, die Kraft, die die Tür verschlossen hat, ist fertig. Geschwunden. Dann rein da. Oh, 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 oh. Okay. Sich umdrehen, diese Namen, ey, das ist... ... geradezu scheußlich. Meine Meinung nach. Passt. Feuerzeug, es ist noch etwas Öl drinnen, auf der Rückseite steht... J, äh, J Takamine eingraviert. Mehrere Zettel liegen auf dem Boden, sieht aus wie der Teil, wie ein Teil des Eines Notizen. Feuerzeug, ich rauchdruck einfach. Bei den Dingen hier habe ich aber ganz schön Schüsse, ey. Ein Spiegel genau wie der am Eingang. Welcher Eingang? Hey. Aber kann ich mich selber voll... Ja, will auch sogar gehen, das kann... Das können wir ja, eigentlich theoretisch können wir jetzt hier ein Bild von uns machen, weil das, so machen das ja irgendwie die meisten, dann lernen wir das auf Facebook hoch, oder? Großartige Idee. Nee, Moment. Ich gucke erstmal, ob hier unten im unteren Stock noch irgendwas ist, oder im unteren Hut. Der Boden unten an der Treppe ist eingestürzt. You don't say. Da, da, da. Gotcha. Die Frau an der Ecke. So, was ist hier? Die Tür ist fest zugenagelt, ich kann sie nicht öffnen. Kann man die vielleicht anzünden? Das ist bestimmt ne gute Idee. So, Teil des roten Notizbuchs wieder. Scheiß Fliege. Nee, das ist keine Fliege, das ist eine Mücke, ey. Drecksviecher. Weg da, Tant! Nee, der oberste Stockwerk, den will ich jetzt mal noch nicht. Da hab ich grad keinen nervös, was ist hier? Das ist ja großartig. Das ist ja richtig genial. Was haben wir hier, einen Film? Hm, auch gut. Wie viel Hellbitpoints haben wir? Ja, das passt. Das ist so. Ich dachte schon, wir haben komischen Algen da oben auch nicht. Nein. Vielen Dank.